Wir sind die Wirtschafts-Senioren und wir bieten Beratung an für wenig Geld, für Existenzgründer, für heute primär für Probleme in Firmen, also Firmenweitergaben, finanzielle Engpässe, um rechtzeitig für die Kunden herauszufinden, wo liegt ihr Problem und wer kann uns helfen. Aber meist ist ja der Mittelstand nicht in der Lage, viel Geld auszugeben für Unternehmensberater. Wir haben uns alle nach dem Ruhestand entschlossen, uns zusammenzufinden. Uns gibt es über 30 Jahre. Wir sind 25 Mitglieder, haben verschiedene berufliche Hintergründe und dadurch eine breite Basis der Beratung, die wir anbieten können. Mitbewerber bedeutet ja heute professionelle Beratung in Wirtschaftsberatung oder Unternehmensberatung. Und kleine und mittlere Unternehmen sind nicht in der Lage, oft diese horrenden Honorare für eine umfassende Beratung zu erbringen. Und wir sind die Alternative dazu. Wir können also durch ein ganz kleines Geld sind wir in der Lage zu helfen mit unserer langjährigen Erfahrung. Und wir können also durch die Kommen in der Nähellen